So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich hab nen Domme dabei. Servus. Und wir gucken heute an Buck-Chain-Kombo gegen Khan-Stompy. Buck-Chain, die nicht Torben ist? Ja genau. Der hat uns ja leider in Siegen verlassen. Wir vermissen ihn. Aber Manuel tritt in die Fußstapfen und Khan-Stompy auf der anderen Seite. Ist kein richtiges Matt, ist aber auch irgendwie kein Artefakt The One Ring Deck oder so. Nö, das ist irgendwie Matt ohne den Metal-Worker. Ja, irgendwie so ein Haufen ist das. Da ist ein Chalice auf eins und dann Go? Hä? Spannend. Nur ein Land. Da ist noch ein Mox auf der Hand. Also ein Land-Mox. Spannend. Da ist ne Ferry auf der Hand. Bei Khan-Stompy, ja. Ja. Hm. Nee, bei Buck-Chain ist er da. Ja, mein ich ja. Ja. Ja, Khan-Stompy hat irgendwie, hm. Also entweder muss man versuchen jetzt auf die Mana zu kommen. Das war jetzt komisch. Yes. Ja wahrscheinlich war dazu ein Land-Drop und der Rubel rollt. Hm. Weil dann geht man wahrscheinlich im Monolith into Lodestone-Golem, into... Aha, da passiert was. Hm. Land-Moxen-City. Oh, da ist ne Trainings-Sphäre. Oh, das ist natürlich... Oh! Oh! Noll. Boah! Wat ein Widerling, ey! Voll großartig. Du hast noch keinen Land-Drop gehabt. Ne, ne, man kann jetzt wieder zweimal einen tappen. Geiler Move. Wow. Wirklich ein geiler Move. Alter, Crucible of Worlds, so eine schöne Karte. Ich glaub die Trainings-Sphäre wäre stärker gewesen. Ja. Aber... Ja. Sehr geile Karte. Also mit der... Das ist aber mit... Bei Bugchain, mit der Ferry, hast du jetzt theoretisch schon die Möglichkeit, den Gegner zu grillen, wenn du alles hast. Ja. Lindor's Vault, end of turn? Wow! Das ist ne ganz, ganz weirde Liste. Und sie ist wirklich großartig. Lindor's Vault, für all die sie nicht kennen, ist ne sehr alte Karte, die man sehr selten sieht. Ähm, man schaut sich die obersten fünf Karten des Decks an. Wenn sie einem gefallen, kann man sie beliebige Reihenfolge wieder oben aufs Deck legen. Wenn sie einem nicht gefallen, kann man sie beiseite legen und kann die nächsten fünf anschauen. Dafür muss man aber ein Leben bezahlen. Und das kann man immer wieder machen. Das heißt, wir haben hier... Also, sogar drunter. Genau. Fetch-Ding. Dann, erst mal bezahlt, weil doof. Zwa... Uh. Uh. Mhm. Das sind da noch da... Das oberste war dann Fetch-Ding? Hm... Ne, war ein Green-Packed. Ah, okay. Und Brainstorms. Reicht aber nicht. Okay, stimmt. Green-Packed... Oh, doch, 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 doch. Mit den Pedals. Mit den Pedals reicht das. Green-Packed, Pedal und Chain reichen, wenn man noch ein Land hat. Mhm. Für Kombo. Genau. Und wenn man sich dann entschieden hat, welche fünf man nimmt, shuffelt man die anderen wieder rein und legt diese fünf Karten in beliebige Reihenfolge oben auf sein Ende. Okay. Aber man hat ja keinen Zugriff auf... ...Cantrip. Weil Shell ist. Ja, genau. Das würde hier wahrscheinlich übersehen. Oder man sagt einfach, okay, ich mach das eine Runde später. Mhm. Das ist ein Dark Red. Okay. Das war nicht so gut. Das... Man könnte jetzt natürlich auch den Brainstorm schmeißen. In der Hoffnung, dass man durchkommt. Ja. Ähm, da ist noch ein Land. Das heißt, theoretisch kann man jetzt... Hat man jetzt den Pack, am besten den Pack auf der Hand. Und kann dann den... Hier darf nur keine Trinosphäre jetzt kommen, oder? Das wäre bitter, oder? Nö, die wäre tödlich. Frage, ob man jetzt zwei Mana reinzieht, Khan spielt... Und man hat ja auch den Khan tatsächlich. Mhm. Ja, man hat die vier Mana für den Khan, dann hat man aber kein Follow-up. Das ist jetzt grad wirklich die Frage, weil Buckchain muss jetzt quasi nur noch den Draw haben, dann hat der die Kombo auf der Hand. Ja. Deswegen, also, Trinosphäre wäre halt richtig gut. Dabei ist halt die Frage, ob Stompy weiß... No, Stompy ist auch dabei. Ja, ja. Ist halt die Frage, ob Stompy jetzt weiß, wogegen es spielt. Das ist halt wirklich... Also, man hat vier Karten auf der Hand. Einer ist ein Khan, einer ist ein No, Stompy, einer ist ein Trinosphäre. Das sind alle gut. Mhm. Bei der Khan am wenigsten Macht. Und der Khan verliert das Spiel. Ja. Ja. Ich wünsch dir jetzt auch keine Side-Bot-Karte, die dir da helfen kann. Keine Tutor, aber außer eine Piffing-Niedel und du hast ein Ding... Ne, noch nicht mal. Ja, doch, wenn der geht, dann nicht fetscht. Ja, okay, aber das ist schon viel aber. Ja, ja, ja. Und du musst deine eigene Chalice vergessen. Ja, passt. Geiles. Da kommt ein Load-Storm-Golum. Load-Storm-Golum hier natürlich sehr, sehr gut. Mhm. Der macht eine Menge. Non-Artefakt-Spells kosten Mana mehr, ne? Mhm. Ist jetzt die Frage, ob man den beseitigen kann. Okay, du kannst ein Paddle für Null spielen. Ja, Paddle für Null ist drin. Mhm. Dann hast du... Ach ne, musst du gar nicht. Paddle kostet Null. Ja, Paddle kostet Null. Dann... Hat man gewonnen. Ne, hat man nicht. Ein Mana fehlt. Ein Mana ist zu wenig, ja. Wenn man das Ein Mana anschaut. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Trainingsphäre. Was nicht schlimm ist. Stimmt, ja. Trainingsphäre setzt die Ding auf faire Zeit zurück. Mhm. Aber auch mit einem Pack ist das schlimm. Der Pack kostet halt trotzdem drei. Ja. Boah, wie bitter. So kurz vor knapp vor Kombo. Auf der anderen Seite von KarnStormby hat jetzt natürlich ein Fünf-Dreier draußen. Das ist sehr, sehr favorite, damit jetzt reinzuknallen. David... Das ist so geil. Das ist so geil. Dass der Scheiß-Crucible-League grad einfach das Game macht. Pfff. Ja, plus du hast Paddle. Oh no. Oh nooo. Hast du mal nur noch gehabt? Nein! Er kann ja nicht aktivieren. Oder du kannst mit dem Crucible zuhauen. Ja. Hallo, sieben Schaden. Hast du ne Runde weniger? Ja. Da ist das Liquid Metal Coating in der Hand. Gut, jetzt... Dann lauten wir eigentlich nur mit dem Gegner. Alle. Dann müsste der Mox auch getappt sein. Ja. Schaube ist hier nicht relevant, aber da muss man drauf aufpassen. Ja. Da, mein Lieber. Guck mal nochmal bei. Äh, ja okay. Fällt auch nicht so auf, weil der Karn halt farblos ist, aber... Boah, ist das bitter. Das ist so kurz vor Ritze, ne? Und dann... Ah. Und jetzt fängt die Kacke an. Das ist so räudig. Nach einer Trinsphäre hinterher. Äh, und jetzt zerschwucht er dich komplett. Ja. So, jetzt... Aktiviert man das auf dem Land. Ja stimmt, okay. Du musst auf Paddle ja gar nichts zu Target. Du kannst doch gar nicht aktivieren. Genau, deswegen. Ja. Uff. Uff, das tat weh. Das tat... Das tat... Das tat richtig weh. Ja. Sideboarding. Sideboarding ist glaube ich sehr spannend. Man hat glaube ich... Äh... hier... Pre-Nage's Need im Sideboard. Die ist ziemlich gut gegen Stompi. Mhm. Stompi... Kann Silex vielleicht? Sowas, um das aufzuhalten irgendwie. Ist die Frage, ob du boarden willst, oder ob du dann einfach drauf beiseite lässt und tut Tor aus. Ja, das ist halt bei solchen Kannex immer schwierig. Das ist auf der Hand. Das ist auf der Hand. Sieht so aus, ja. Perfekt. Dann fett Thorzies. Ist immer ein guter Start gegen Stompi Dex. Mhm. Die agieren meistens so dieses, ich brauche das und das Piece um Turn 1 richtig abzugehen. Ja, da ist das Skylax. Und da siehst du es halt, weil der braucht den Mox um Turn 1. Okay. So viel macht der dann gar nicht. Doch, mit dem Mox hat er Turn 1 wieder den Shenanigans mit Crucible. Und holt sich dann jede Runde wieder die Saga. Dagegen willst du aber auch nicht spielen. Nee. Das ist ja richtig eklig. Da wäre ich schon fast am überlegen, ob du den sauren Apple beißt und den Crucible nehmen. Ja. Sonst verlierst du das Spiel. Könntest du dir auch einfach den Loadstone wegnehmen? Weil der kommt Turn 2. Ja. Dass du halt einfach auf die Schiene gehst und sagst, hey, deine Disruption ist mir egal, ich mache eine Fast-Combo. Das ist halt die Frage, was noch auf der Hand ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Bug da Counter spielt. Du könntest auch, weil du die Crucible gesehen hast, Surgicals drin haben. So viel auf die Entscheidung. Ja, das sieht aus nach Fast-Combo. Mhm. Hört, hört. Dann. Engine Doom. Mox. Mox pitched. Ursaussage. Drei Mana. Spielst den Crucible. Oh. Kannst. Keine Fettschlender mehr. Oh. Oh, fuck my life. Oh, das ist gut. Das ist schwierig. Oh, das ist richtig gut. Keine Forzis mehr. Obwohl, nee, Quatsch. Das ist ja nicht im Karsten. Okay. Oh, ja. Fettschland ist gut. Da hab ich gar nicht dran gedacht. Uff. Pff. Pryorion. Bitter. Das ist heftig. Da hättest du auch das Land vorher nicht. Das ich kann. Sydex ist halt so eine gute Karte immer noch. Ja. Das ist so Wahnsinn. Ich glaub, das hat er an dem Tag auch gegen mich gespielt. Und es war echt eklig, weil Forz ist raus. Fettschland raus. Mhm. Da denkst du gar nicht dran. Mhm. Man ist es halt so gewohnt, auf mein Leben auch zu bezahlen. Ja. Okay, da hätte ich die Ursas Saga hundertprozentig aus dem Friedhof gespielt. Ja. Einfach um die aus dem Friedhof zu kriegen. Ja. Ja. Und einfach der Handkarte mehr zu faken. Er hat gar nicht gespielt. Kriegst du gar nix raus. Ist die Frage, was hast du denn dann? Audit hast du als Audit und da geht der Skydex ranzukommen. Aber du musst halt Abmana haben. Ja, genau. Du musst irgendwie ein zweites Land finden. Oder ne Ferry. Ja. Ne Ferry hilft auch. Oh. Du Ares. Non-Creature, non-Land. Dementsprechend. Geht der. Crucible. Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das rettet gerade den Tag. Ja, Tag nicht gerne. Das ist halt immer noch eine super beschissene Situation, in der du dich befindest. Ja, so ziemlich. Na komm. Servo. Und draw. Geht der auf zwei. Erstmal hier im letzten Jahr schon auf 16 legen. Ja. Das ist 14. Chill is on one. Chill is on one. Beat. Und dann macht man den End of Turn in den Topdach. Ja. Also die Ancient Tooth hätte ich auch gerne. Ja, ja. Die macht wenig Damage. Das ist cool. Oder liegt das an dem Cyax? Dann wäre die Karte richtig dumm. Oh, das kann sein. Ich weiß. Oh ja, das kann sein. Ich such mir mal grad die Karte. Das, wie gesagt. Oh, ich hab den Topdach gemacht. Sehr gut. Dann auf drei. Und jetzt macht mir hier wahrscheinlich einen Topdach. Ich hab da einen, äh. Oh, man macht kein Construct. Man geht straight up für Mana und geht searchen. Players can't pay life to cast spells or to activate abilities that aren't mana abilities. Nein, das verneint das nicht. Genau, das verneint das nicht. Man hätt's noch müssen. Weil Ancient Tooth tappt und schießt jetzt weiter. Ja, also wären wir jetzt glaub ich schon bei zwölf. Das kann gut sein, ja. Zwölf oder zehn. Das kann gut sein. Das ist ne Map. Mhm. Map bringt halt auch nur was, wenn du halt die Karns-Tract auch machst. Ja. Ähm. Mhm. Dann ist jetzt halt die... Boah, da ist ja generell noch die Frage, was ist bei Bugchains überhaupt noch passiert, ey. Boah. So. Dann sind wir bei... Zehn. Ähm. Der Karn hat nicht geplusst? Oder geminust? Ach, plus ins Nichts. Plus ins Nichts. Hm. Ja, okay. Macht halt auch... Hättest du das mit der Erythrofitte angreifen können für einen? Ja, ich hätte da einfach schon das Ding gesucht. Ja. Stimmt. Boah, ist das... Ja, wo Bar... Ja, okay. Klar. Stell es auf eins liegt. Dann kannst du locker, kannst du dir das Coating schon holen. Ja. Wenn man es rausgebordet hat. Ja. Ist ja auch immer so ein Mistake. Immer so ein Ding, ob man die raus oder rein gebordet hat. Ja. Ja, hat man. Ja, hat man sie rausgebordet. Sehr gut. Ähm. Dann... 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 Haufe Ei. Man hat vergessen, den Vifira draus zu machen. Jupp. Dann... Der Abgebkammer. Dann bist du. Abgeb. Und... Das Ding ist ein Artefakt. Und tappt nicht mehr für Mana. Yay. Oh, Junge. Das ist sowas von rum. Das ist so widerlich. Das ist sowas von rum. Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Also ich mein, der wäre jetzt irgendwie so auf 10 oder 8 lebende Stompi-Spieler. Von daher... Ist aber so irrelevant tatsächlich. Weil das Deck ja wirklich ein reines Combo-Deck ist. Ja. Und... Man geht jetzt halt hin, macht End of Turn die Map. Holt sich einen Ursasssaga. Spielt die Ursasssaga nächste Runde. Geht halt dann in den Beatdown-Plan rein. Da wird schon Discarded. Da macht man jetzt den Vifira. Ja. Ähm... Dann die Map. Aber jetzt wird auf einmal gedreht. Ja. Ja. Passiert halt mal. Bisschen. Ja. Ach, fürs Lattice. Ja, stimmt. Man kann jetzt auch gleich einfach Lattice gehen. Ja. Man kann jetzt auch einfach Lattice gehen und dann... Aber da hätten wir auch eine Saga nehmen können. Das Mana hat man. Ja, stimmt. Saga hätte ich dann wahrscheinlich eher genommen. Alleine war halt die Saga halt easy noch einen Dude dabei beschwert irgendwann. Ja. Man kann jetzt auch den... Tappts Mana. Minus Lattice holen. Äh... Tappen für zwei Mana. Den spielen. Den spielen. Den spielen. Nächste spielen. GG. Und jetzt wäre nämlich die Frage gewesen, ob er tot gewesen wäre. Ne. Ja, ne. Bin ich mir noch nicht mal sicher. Alter, das ist schon wieder für vier Leben schon nicht mehr gemacht. Aber sehr spannend. Irgendwer wird's nachgucken. So oder so haben wir jetzt gerade ein 2-0 für Karnstompy. Richtig, richtig krass. Schade, fade für Backchain. Aber sehr, sehr gutes Spiel von Karnstompy. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.